Genau, wir haben es erhalten. Yes. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. So. er sieht aus wie ja 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 jetzt doch extra junge das war nervenaufreibende ja 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 Gehen wir weiter. Durchsucht jeden Schatten. Oh, da gibt es ja auch noch Sachen. Oh mein Gott. Ich bin so ein richtiges Kind, ey. Ich muss alles durchsuchen, alles looten. Ich sollte vielleicht auch mal welche benutzen. Splitterbombe, Nebelbombe. Hier unten ist noch jemand außer uns. Halte die Augen offen und die Fäuste bereit. Okay. Oh Was war das? Schnell! Er entkommt uns! Der passt hier nicht her, oder? Irgendwas ist doch merkwürdig. Fangt diesen Irren! Holt Verstärkung! Das ist ein Angriff! Oh! 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 Ich hab ja die Nebelwohnung. Das ist die Kirchkülle. Was glaubst du, wo er herkommt? Gata! Besser mal nachsehen! Die Nebelwohnung! Kennst du diesen Mantel? Hey! Der kommt mir bekannt vor! So, ich geh jetzt einfach straight durch. So! Dann gehen wir durch! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Den ersten Schlüssel hätten wir damit Sehr schön Schlüssel Was habt ihr gefunden? Etwas, das euch interessieren könnte. Mio Dio, que meraviglia. Und hier ist mein Geschäft. Seht euch den Rand an. Seltsame Symbole. Und das sind Titel von Büchern. Wahre Schätze, einige dieser Bücher sind seit tausend Jahren verschollen. Nicolopolo versteckte diese Bücher in der Stadt. Die Karte sollte uns zeigen, wo. Hm, ihr interessiert mich langsam. Ein wenig. Soweit ich das sehe, brauche ich diese drei Bücher zuerst. Sie müssten Hinweise auf die restlichen enthalten. Molto curioso. Man fand einen unter dem Topkapi-Palast. Aber wir haben noch Zeit, die anderen zu kriegen. Wer fand ihn? Männer, die nicht lesen. Sophia, könnt ihr diese Karte lesen? Mir helfen, die Bücher zu finden. Übergebt ihr sie mir, wenn ihr fertig seid? Wir werden eine Lösung finden. Etzio, etzio, etzio. Mein Gott, der alte Charmeur, etzio. Yusuf, Salute. Piri sagte, ihr wärt vielleicht hier. Habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt? Ich glaube schon. Das ist einer von Altair's Schlüsse. Ein antikes Artefakt. Ah, es gleicht nichts, was ich je sah. Ihr solltet es an einem sicheren Ort bewahren. In eurem Hauptquartier, sieh, werde ich. Also, was führt euch hierher? Ich koordiniere mich mit unseren Verbündeten. Den Dieben im Bazar, den Söldnern beim Arsenal und den Roma im Konstantinbezirk. Ihr überfordert euch, Yusuf. Bitte lasst mich mit den Roma sprechen. Ich hatte noch nicht oft Kontakt mit ihnen in der Vergangenheit. Das würde mich beruhigen. Falls ihr es eilig habt, könnt ihr unser Tunnelnetzwerk benutzen. Die Luft ist etwas stickig da unten, aber die Ratten sind kaum größer als Hunde. Viel Spaß. Grazie. Ja, genau. Alles klar. Dann, äh, würde ich sagen, reicht es auch erstmal wieder für diese Aufnahmes Station. Ich habe jetzt gut zwei Stunden aufgenommen. Hat Spaß gemacht. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Oder generell eine Bewertung. Wäre ja schon was Schönes. Ansonsten schreibt einen Kommentar, was man verbessern könnte, wenn es euch gefallen hat. Aber man noch was verbessern könnte oder generell irgendwas verbessern kann. Ihr könnt auch generell einen Kommentar schreiben, wie es euch gefallen hat. Muss ja keine Kritik sein, wenn es euch ja komplett gefallen hat. Egal. Jedenfalls, äh, ansonsten, äh, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann lasst ein Abo da und, ähm, seid immer dann up to date, wenn ein neues Video kommt. Und, äh, ja. Hauptsache, ihr fühlt euch gut dabei. Könnt ihr mit einem gewissen Vereinbaren. Naja, egal. Ja, das war's eigentlich auch schon. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.